Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von The Forest. Ja erstmal gucken, ob hier irgendwo in der Nähe einer ist. Der sieht nicht so aus. Okay. Man muss hier immer ein bisschen leise sein. Und ich habe gerade gesehen, die Falle wurde ausgelöst. Aber scheinbar ist nichts drin. Hm, komisch. Sehr eigenartig. Jetzt müssen wir erstmal einen Stick finden, um die wieder zu aktivieren. So. Ich hätte schwören können, dass sich da ein Kaninchen drin gesehen hat. Ja. Scheinbar nicht. Na gut. Aber... Wir haben ja... ...gerade ein Tier getötet. Okay. Ja, das will ich aber auch. Okay. Kann man wohl nicht mittragen. So, wir haben hier ja reichlich Kanäcke. Also da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Und irgendwie immer wieder Koffer, die immer wieder aufs Neue geschlossen sind. Seltsamerweise. Ähm. Äh. Was geht denn hier ab? Alter. Ich glaub's aber nicht. Ach, schade. Da hat die Falle ausgelöst und der ist nicht drin gewesen. Mist. Am helllichten Tag greifen die mich hier an. Ich glaub's ja wohl nicht, ne? Boah... Und zu dritt... Ich... Ich glaub ich spinne hier. Oh nein Oh, das geht jetzt gerade gar nicht gut Oh, jetzt hänge ich da wieder irgendwo in der Höhle rum Naja, immer noch besser als zu sterben, weil sterben kann man ja auch So So, hab ich denn irgendwas bei mir, was ich zu mir nehmen kann? Mal Okay, ich nehme mal so'n Snack und ein bisschen Energydrink hier, Soda Aber sonst hab ich hier, was ist denn das eigentlich? Okay Aber sonst nichts zu essen irgendwie noch Ne, sieht nicht so aus Das ist doch echt doof Ja genau, die haben alle wieder hier jede Menge Geld in der Tasche Ich schlag dir das Geld aus den Taschen Räug die Kohle raus Das ist immer wieder irgendwie ziemlich bescheuert Das wäre doch echt einfacher, die Taschen zu durchsuchen, oder? So, ne halbe Stunde später stellt man dann fest, okay, da hat dann doch kein Geld mehr Oder? Ach, naja So, wo war jetzt das Pseil? Da war da irgendwo ein Pseil, ich seh irgendwie nichts Ach shit Da ist doch das Pseil, oder? Man, bin ich denn blöd heute? Es war doch immer irgendwo ein Pseil, wo ich mich hochziehen musste, ja Das ist das auf jeden Fall nicht Äh, da ist es doch So, dann wollen wir mal Kommt da irgendwas raus? Nicht wirklich, oder? Ähm, ja Tennisbälle Hm Toll, also man kann hier so eine Statuen bauen mit Tennisbällen da drin, so Das ist ja Schick Aber ich denke mal nicht jedermanns Geschmackssache, so Ich glaube das Licht brauche ich nicht mehr Ich meine, das verleiht dem Ganzen hier auch so einen sportlichen Touch, ne? So mit Tennisschlägern, an Tennisbällen, also Ja, pfff, da muss man Fantasie glaubt schon Ach, egal Ach, egal Du dich Was ist denn das hier? War das gerade Dynamit oder so? So, sah gerade so aus Aha Hier liegen eigentlich irgendwelche alten Computer rum oder so Wozu brauche ich eigentlich diese komischen Computer-Teile? Was ist jemand? Und Dann seh ich wärs auch echt froh, wenn ich jetzt mal Koffer finden würde Wo eben ein Snack drin ist oder so So Hier haben wir wieder diese ganzen Soda-Flaschen Und dann kann ich die sowieso nicht mehr aufnehmen, dann sind die einfach nur Soda So Also irgendwie finde ich hier jetzt dauernd Dynamit oder sowas Okay, noch kann ich die aufnehmen Okay, noch kann ich die aufnehmen Gut, das ist doch toll Da ist nochmal ein Koffer, vielleicht ist da ein Snack für mich drin Da ist ein Snack drin, das ist toll Ich möchte jetzt gerne einen Snack essen So Ich kann ja auch nochmal so einen Toil trinken Ich möchte aber gerne noch so einen Snack haben, wenns geht Ich hab noch einen Snack gefunden, ey Viel bringen die Dinger aber irgendwie nicht, ne? Muss ich ja immer so feststellen, irgendwie Toll Toll Tennisball So Äh Ich will keinen Stein So Was haben wir dann hier noch nicht durchgesucht Das ist nochmal so ein Koffer Okay, da sind nochmal Klamotten und so ein So Pillen oder sowas drin gewesen Okay, nochmal Klamotten So ist da noch was Schönes drin? Naja, irgendwas Das wollte ich auch machen Ne, auch nicht Hier sind nochmal Getränke drin Ja, finde ich auch Mist Wann ich jetzt wieder in der Hülle oder bin ich jetzt tot? Das ist jetzt doof Okay Wo hast ich den letzten Spielstand lagen? Also ihr seht, man landet nicht immer nur in der Höhle, man kann auch sterben Was jetzt irgendwie echt doof ist So Und wenn das so ist wie eben, dann Kann das echt gut sein, dass da wieder irgendwie So ein paar Kannibalen gleich ankommen, weil ich ja gar keinen Bock drauf So So, meine Falle hat sich noch nicht ausgelöst, die ist noch offen So, kann ich schon noch irgendwas machen? Ne, ich hab weder Samen, noch ist da irgendwas gewachsen Was wächst denn hier? Ist das was Tolles? Keine Ahnung Keine Ahnung So, ich muss jetzt mich nochmal hier ein bisschen um mein Feuer kümmern Und ich brauche nochmal irgendwie ein paar Sticks So, Sticks, Sticks, Sticks Man sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht So, und von meinem Feuer sollte das erstmal wieder reichen So, und ich kann das jetzt anzünden, wenn ich möchte Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade möchte So Meine Falle wurde ausgelöst Ist da was drin? Ja, diesmal ist da auch was drin Ein Karnickel So Dann will ich das auch gleich mal in so einen Auslauf stecken hier Ähm Z So So, jetzt habe ich schon 5 davon Das ist doch Toll, was ist denn das eben gewesen? Hä? R Was ist das? Bestimmt für dieses Teil hier, oder? Ich werde meine Falle erstmal wieder aktivieren So Gut Dann haben wir das Und da kann ich nochmal meine Dinger dranhängen Meine Äh Meine Äh So Dann habe ich erstmal wieder Peanuts Was Falle schon wieder ausgelöst? Tatsache So So, jetzt habe ich aber mal wieder keinen Stick Ich will mir jetzt gar keinen Kopf Haben So Schmeiß weg Brauch ich nicht So So Aus Tics braucht man immer So Aber ich würde auch sagen Ich würde die Folge auch gleich beenden Die ist auch schon wieder lange genug Einmal am Tag sterben ist sowieso Das reicht mir dann auch irgendwie Okay Außer muss ich gleich zur Arbeit Ich brauche keinen Bock drauf Weil nervig So dann habe ich da erstmal ein Pastik Ich könnte mir ja auch mal was beraten Na Was grillen hier So was habe ich denn Habe ich jetzt so ein Dingsbooster So So Gibt's gleich wieder gern beraten Ob man muss es keine an kommen Hier Wami ist meine Falle schon wieder ausgelöst So viele Kanickel kann ich ja schon bald gar nicht mehr unterbringen so lecker so uns geht es auf jeden fall eine armbanduhr habe ich mir schon immer gewünscht geht es euch gut genug zu essen hier drin so ich will auf jeden fall mal speichern so und wird auf jeden fall dann mal sagen ich verabschiede mich dann erstmal von euch für heute und sage tschüss und bis zum nächsten mal